Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12620 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Andere zu respektieren bedeutet, sie so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Andere zu respektieren bedeutet, sie so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Vokabeln sind wie kleine Schätze in der Schatzkammer der Sprache. Ich habe schon viele Schätze gesammelt. Vokabeln sind wie kleine Schätze in der Schatzkammer der Sprache. Ich habe schon viele Schätze gesammelt. Vokabeln sind wie kleine Schätze in der Schatzkammer der Sprache. Ich habe schon viele Schätze gesammelt. Ich bin überrascht, dass du das sagst. Wie kommst du zu dieser Meinung? Ich bin überrascht, dass du das sagst. Wie kommst du zu dieser Meinung? Ich bin überrascht, dass du das sagst. Wie kommst du zu dieser Meinung? Ich kann mich von der Vorstellung lösen, dass ich nicht erfolgreich sein kann und meinen eigenen Weg zum Erfolg finden. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Das Tagebuch ist voll von Einträgen über Momente der Dankbarkeit. Das Tagebuch ist voll von Einträgen über Momente der Dankbarkeit. Das Tagebuch ist voll von Einträgen über Momente der Dankbarkeit. In Großstädten wie Berlin, München und Hamburg verdienen Programmierer in der Regel mehr als in kleineren Städten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.